Am Mittwoch wurde erneut ein Haus in Magdeburg mit der grünen Hausnummer Sachsen-Anhalt ausgezeichnet. Genauer gesagt handelt es sich dabei um das Haus der Familie Wendler, die hierzu eine Urkunde und ein eigens hierzu angefertigtes Hausnummernschild erhielten. Dass nun das Haus Nummer 14 in der Rostocker Straße die grüne Hausnummer erhielt, hat aber auch einen guten Grund, denn hierzu waren einige bauliche Maßnahmen erforderlich. Das sind ganz verschiedene Schritte, die geleistet wurden. Ganz besondere energetische Maßnahmen in der Dämmung, in der Fenstergestaltung, in der Energieversorgung. Das alles sind Details, die dazu auch gerne von den einzelnen Gewerken, die heute vertreten sind, auch von den Vertretern der Ingenieur- und der Handwerkskammer nochmal im Einzelnen erläutert werden sollten. Die Bauherren haben sich ein Jahr Zeit gelassen, haben mitunter Materialien, Techniken verwandt, die bislang an dieser Stelle so nicht verwandt wurden. Das alles spricht für die grüne Hausnummer Sachsen-Anhalt. Das 1948 erbaute Haus erhielt so zum Beispiel bereits 1993 eine Sanierung. Jedoch kamen bei den dieses Jahr stattgefundenen erneuten Sanierungsmaßnahmen noch einige Dinge hinzu, die zu der nun verliehenen Auszeichnung führten. Das Haus erhielt 2021 im Rahmen des KfW-Programms Energieeffizient Saniereninvestitionszuschuss 430, nämlich bessere Dämmung für die Fassade, das Dach und die Kellerdecke, was auch direkt zeigt, worum es bei der grünen Hausnummer im Kern geht. Diese grüne Hausnummer soll in besonderer Weise energetische Sanierung belohnen, soll ein sichtbares Zeichen dafür setzen, dass Bauherren, dass Investoren in die Zukunft, in unsere Energiewende privat investiert haben, ihr Haus besonders energetisch sanieren und damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Etwas, das gerade in der heutigen Zeit immer mehr an Bedeutung gewinnt also. Und somit auch eine gute Sache, die neben den geringer ausfallenden Umweltbelastungen auch auf lange Sicht gesehen für den Hausbesitzer selbst positive Folgen in Form niedrigerer Heizkosten bedeuten werden. Mit der Verleihung reiht sich das Haus nun aber auch in die stetig wachsende Anzahl weiterer Gebäude mit grüner Hausnummer ein und somit in eine Gruppe von Häusern, die man sich so auch gerne als Beispiel nehmen kann. Was bei einigen Bürgern der Stadt wohl auch der Fall ist. Wir haben mittlerweile über 24 Hausnummern vergeben in Sachsen-Anhalt und es wird auch weitergehen. Wir freuen uns sehr, dass wir fast wöchentlich auch Bewerbungen bekommen, die wir dann mit der Jury, das heißt mit unseren Partnern der Architektenkammer, Ingenieurkammer, Verbänden der Wohnungswirtschaft wie gesagt, dann eben den Handwerkskammern natürlich entsprechend auswerten und dann eben auch entscheiden, wer die grüne Hausnummer in Sachsen-Anhalt bekommen kann. Wenn Sie nun vielleicht selbst am Überlegen sind, sich für eine grüne Hausnummer zu bewerben, da Sie gerade Sanierungsarbeiten an Ihrem Haus planen oder durchführen, dann können Sie alle benötigten Informationen hierzu unter der Internetadresse www.grüne-nummer.de finden und vielleicht haben Sie dann ja Glück und können sich freuen, der nächste Besitzer einer solchen grünen Hausnummer zu werden.